OER Info ist in London am Rande der OER 17, der OER-Konferenz, die sich hier mit dem Thema The Politics of Open beschäftigt. Und wir haben zwei deutsche Teilnehmer gefunden, die nicht nur in dieser Konferenz teilnehmen, sondern auch über das Projekt Virtually Connecting diese Konferenz nach außen tragen. Und dieses Konzept von Virtually Connecting ist durchaus übertragbar auf andere Konferenzen. Deswegen wollen wir mit den beiden sprechen, mit Martina und mit Christian, was das Ganze eigentlich ist, was es mit Offenheit zu tun hat und vielleicht auch mit OER. Ja, Martina, magst du zuerst sagen, wer bist du, wenn du nicht die Konferenz hier besuchst? Okay, wenn ich die Konferenz nicht besuche, bin ich Martina Emke, arbeite als Projektleiterin für die Servicestelle auf der Hochschule Niedersachsen und bin dort die Projektleiterin des OER-Kursportals mit Online-Studienvorbereitungskursen für beruflich Qualifizierte. Und Christian, was machst du in Deutschland? Ich wohne in Hamburg, arbeite in Lüneburg an der Leuphana, habe da vor ein paar Jahren mit dabei geholfen, die Digital School zu gründen und bin da auch nach wie vor irgendwie hängen geblieben. Virtually Connecting für Anfänger, die 30-Sekunden-Fassung, was ist Virtually Connecting? Virtually Connecting ist eine Form von Online-Teilnehmern, also man versucht im Prinzip die Konferenz, die face-to-face stattfindet und die Leute, die nur von außen zugucken können, in dem Sinne mit reinzubringen, aber eben nicht in der typischen Form nur zu schauen, sondern dass sie auch wirklich teilnehmen können. Über Twitter, über Facebook, über Google Hangouts, verschiedene Tools, die da benutzt werden. Ihr beide seid ja jetzt aktiv. Gibt es einen bestimmten Namen für das, was ihr macht und was umfasst das? Wir sind Buddies. Es gibt verschiedene Rollen, in denen man sich bei Virtually Connecting beteilen kann. Das eine ist sozusagen auf der Konferenz selbst bereit zu stellen und zu sagen, ich organisiere jetzt so ein Meetup und die Rolle zu übernehmen, eben on-site die Leute zusammen zu trommeln. Die andere Rolle, ganz wichtig, ist auch das Virtual Budying, nämlich online den Hangout bzw. die YouTube-Live-Session, die ja dann auch wirklich live gebroadcastet wird, zu organisieren, irgendwie technisches Troubleshooting zu machen mit den Teilnehmern, die sich auch virtuell zuschalten und dann hat, wir kennen das alle, in jeder Konferenz ist einer, der sein Mikrofon nicht stumm geschaltet hat und es gibt die Rückkopplung. Genau solche Sachen eben vorher zu lösen, bevor es dann eben in die Live-Session geht, sprich das Ganze dann eben auch bei YouTube Live hängt. Und dann gibt es noch, na nicht Nebenrollen, auch wichtige Rollen, wie Blogging Buddies, die dann eben mal einen Blogbeitrag schreiben. Leute, die viel technische Administration machen, aber es ist letztendlich ein Netzwerk von Freiwilligen, das da zusammenarbeitet. Jetzt gibt es sowas wie Twitter oder Livestream bei Konferenzen ja nicht erst seit gestern oder letztem Jahr oder sowas. Was ist der Unterschied zwischen einem Livestream von einer Konferenz mit Rückkanal Twitter und Virtually Connecting? Virtually Connecting versucht eben die verschiedenen Plattformen, auf denen das stattfindet, auch nochmal so ein bisschen zu verbinden, damit jedem Teilnehmer und jeder Teilnehmerin, die von außen kommt, die also nicht heute hier sein kann, beispielsweise auf der OIA 17, die Möglichkeit hat, die Plattform auch zu wählen, die sie gerne haben möchten. Also man zwingt nicht so sehr die Leute, bestimmte Dinge zu tun oder bestimmte Sachen zu nutzen, sondern auch so selber zu schauen, wie kann ich am besten reinkommen, wie kann ich mich am besten beteiligen. Das kann auch durchaus mal so ein Google Doc einfach sein, wo man dann selber, das habe ich bei der OIA 16 gemacht, wo ich dann Kommentare hinterlassen habe und dann im Prinzip die Präsentatorin, also Frances Bell war das, als Moderatorin reingekommen ist und dann darauf geantwortet hat. Und das ist toll zu sehen von außen, dass man direkten Einfluss hat auf eine Konferenz, die eben woanders stattfindet, wo man leider nicht sein kann. Genau, also ein Livestream ist ja so das klassische Eindirektionale. So müssen wir die 90 Minuten Vorlesungen, die alle aufzeichnen. Hier geht es tatsächlich darum, noch andere Zugangspunkte zu Konferenzen zu schaffen. Also Autumn hat heute, eine der Co-Directors von Virtually Connecting, sagte heute, Virtually Connecting ist eine Community und keine Technologie. Also da wird einfach bestehende Technologie genommen, ein WordPress-Account oder eine WordPress-Seite, Google Hangout, YouTube Live und dann formen sich darin irgendwie Netzwerke und eine Community, die wiederum verschiedene Zugangspunkte zu einer Konferenz ermöglicht. Das kann On-Site sein, du kannst in einer Virtually Connecting-Session On-Site landen und hast auf einmal Zugang zu dem Keynote-Speaker, was du sonst selten hast. Das kann sein, weil du irgendwie es nicht schaffst, auf eine Konferenz zu fahren und da dann tatsächlich einfach mal so mitkriegst, jenseits von irgendwelchen aus dem Zusammenhang gerissenen Tweets oder Sessions, was so passiert auf der kontextuellen Ebene. Und das Ganze ist dann auch noch so informell, dass du keine große Barriere hast in Bezug auf Vorbereitung. Die Barriere ist dann eher das Ganze, ich bin live in einer Session mit den Stars, die ich sonst mir so angucke. Und das Ganze wird dann eben auch gebroadcastet, sprich das sehen auch andere, was ich dann da sage. Das ist dann eher die Hürde. Aber eine Vorbereitung in dem Sinne musst du dabei eigentlich gar nicht irgendwie machen, zumindest nicht als Teilnehmer. Wenn man auf so einer Konferenz rumläuft und man sieht Virtually Connecting-Leute, dann sieht man Leute, die in Smartphones starren. Man denkt sich vielleicht beim Vorbeigehen irgendwie, die machen ein Selfie oder sowas. Aber es ist quasi Konzept, dass man in der Pause Programm macht. Ja, nicht nur in der Pause, sondern tatsächlich auch während etwas passiert. Das erfordert natürlich ganz eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man bei sich selber entwickeln muss. Wenn ich selber in einer Konferenz bin und eben nicht nur zuhöre, was der oder die Sprecherin vorne macht, sondern tatsächlich versuche das auch noch gleichzeitig nach außen zu tragen und anderen Leuten die Möglichkeit zu geben, reinzukommen und teilzunehmen, dann bedeutet das, dass man sich so ein bisschen aufteilen muss. Und tatsächlich für jemanden von außen, der das sieht, der denkt wahrscheinlich, oh Gott, ist das so langweilig, dass die Leute sich alle mit ihren Handys beschäftigen. Aber tatsächlich spielt das Internet da eine ganz, ganz große Rolle. Denn ob es letztendlich Handy ist oder Computer, aber man muss diese Tools haben, damit man eben die Möglichkeit hat, die Leute auch mit in Verbindung zu setzen. Deklin, nehmen wir es nochmal kurz durch. Warum macht man das? Also nehmen wir erst den Remote Participant, den aus der Entfernung Teilnehmenden. Was hat der davon, dass es Virtually Connecting gibt und was kann der machen? Der muss sich nicht in den Flieger oder in den Zug oder sonst wo hinsetzen, um zumindest im Ansatz ein Teil einer Konferenz und der Community zu werden. Also ganz viele, die sich, und das geht mir persönlich auch so, ich fahre selten nur noch wegen des Programms zu einer Konferenz, da ist die UR17 tatsächlich eine Ausnahme, sondern vor allem, um Leute wiederzutreffen, um mich irgendwie mit Leuten zu vernetzen, das nächste Projekt und so weiter, das kennen wir ja alle. Und da hast du eben die Chance, das direkt online zu tun und das wiederum mit Leuten zu tun, die möglicherweise auch irgendwie für dich in deinem Feld relevant sind. Das heißt, der Keynote Speaker oder Leute, die bei Virtually Connecting sind, du bist automatisch drin in einem Netzwerk, wenn du denn den Mut zusammennimmst, diesen einen Schritt zu gehen und einmal live dabei zu sein. Und das wird tatsächlich auch befürwortet und nicht nur befürwortet, sondern auch ganz gezielt gefördert, dass neue Leute dazukommen. Was hat man davon, wenn man sich als, ist das ein Jockey, also wenn man sich vor Ort engagiert, um das Netzwerk zu pflegen und zum Beispiel das Smartphone zu halten? Also die Funktion war tatsächlich Twitter Jockey, zumindest hieß es letztes Jahr, so als ich bei der OIA 16 mit dabei war für Virtually Connecting. Der Vorteil ist tatsächlich, sein eigenes Netzwerk zu erweitern. Und zwar auch verschiedene, wir haben ja alle verschiedene Interessen auf. Wir haben ja nicht nur einen Hut meistens auf, sondern verschiedene. Und es wird dann wirklich sehr interessant, wenn man sieht, wo man gemeinsame Interessen hat. Und eben nicht so sehr, sich selber in den Vordergrund zu spielen, sondern wirklich einfach zu schauen, was ist die Sache, die interessant sein könnte, auch für den oder die Nächste in dem Sinne und es dann weiter zu schieben, virtuell. Also das Internet wirklich dafür zu nutzen. Was ich davon selber kriege, klar, irgendwo bekomme ich das natürlich zurück. Ich habe heute viele Leute getroffen, die gesagt haben, ach, du bist Martina, weil das Bild, was ich auf Twitter benutze, tatsächlich so ungefähr aussieht, wie ich jetzt aussehe. Also das ist ein Vorteil, wenn man solche Bilder benutzt. Aber eigentlich geht es mehr darum, dass man gemeinsam OERs nach vorne bringt. Und weil einen hier wirklich gemeinsam eint, der Wunsch, offene Bildung nach vorne zu bringen und freie Bildungsressourcen nach vorne zu bringen. Und das muss man auch keinem erklären. Bei anderen Konferenzen muss ich erstmal lange erklären, was sind denn OERs, warum offene Bildung, warum vielleicht auch offene Hochschule. Hier muss ich dieses Grundverständnis gar nicht herstellen. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Vielleicht abschließend dann noch eine Einordnung. Was hat das Ganze mit OER zu tun? Naja, es ist vielleicht weniger ein Ressourcenaspekt, wobei auch da wiederum die Sache natürlich ist, die Sessions werden ja einerseits live gebroadcastet, aber jede Aufzeichnung ist immer noch im YouTube-Kanal von Virtually Connecting zu finden. Also da gibt es Ressourcen. Das andere sind aber dann vielleicht auch andere, wenn man so will, Dimensionen oder Ideen von Openness in Bildung oder Openness im Allgemeinen. Also wie öffne ich eine Konferenz, wie öffne ich ein Netzwerk und wie stelle ich mich auch selber diesem Netzwerk irgendwie einerseits zur Verfügung, wenn ich dieser Keynote-Speaker bin, aber was kann ich auch in so einem Netzwerk wiederum nehmen und auch zurückgeben. Und insofern spielt das, glaube ich, eine ganz entscheidende Rolle für das, was in Deutschland noch als Open Educational Resources auch oft diskutiert wird. Abschlussfrage. Wenn jetzt jemand das sieht in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum oder sonst irgendwo auf dieser Welt mit Internetzugang und sagt, ich würde es gerne auch mal machen, entweder bei einer internationalen Konferenz, aber vielleicht auch bei irgendeinem Event im deutschsprachigen Raum. Wohin gehen? Was ist die erste Anlaufstelle? Wo findet man Informationen? Mahabali. Das ist also die Keynote-Sprecherin heute von der Konferenz beispielsweise jemand. Autumn Cairns ist jemand. Oder man geht einfach an den Twitter-Handle at beconnecting und dann findet man die Leute dort und von da aus geht es weiter. Und sie sind auch wirklich sehr, sehr schnell, sie reagieren sehr schnell darauf, sie sind sehr offen. Es ist wirklich ein ganz, ganz offenes Netzwerk und eines wirklich, was einen unterstützt. Und das finde ich sehr schön dabei. Vielen, vielen Dank euch. Jetzt gehen wir und übergeben Sie den Raum den Menschen, die ihn jetzt eigentlich haben. Christian hat die ganze Zeit schon signalisiert. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.